Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso auf Blitzbesuch in Hamburg. Kurz vor dem großen Preis von Deutschland trifft der Spanier die Ingenieure und Wissenschaftler, die seinen Kraftstoff in der Hansestadt entwickeln und produzieren. Zweimal hat Alonso schon am Nürburgring gewonnen und er hofft, dass es auch diesmal klappt. Ich glaube, ich habe im Rückblick wirklich viel Erfolg gehabt in Deutschland. Aber wir haben auch in der Vergangenheit keine andere Strategie oder eine Zauberformel hier benutzt. Wir werden versuchen, einen guten Job zu machen, uns zu konzentrieren und zu liefern, wenn es soweit ist am Sonntag. Wir wollen natürlich einen Podiumsplatz dieses Wochenende. Vor jedem Rennen geht der Rennkraftstoff aus dem Shell Technology Center Hamburg in diesen Fässern zum jeweiligen Rennort auf Reise, nun auch an den Nürburgring. Mehr PS, das ist es, was ich als Fahrer vom Kraftstoff verlange. Und natürlich, dass Öle und Kraftstoffe keine Probleme machen und das ganze Rennen halten. Die Effizienz ist viel wichtiger geworden in den letzten zwei, drei Jahren, weil es Betanken so in der Formel 1 nicht mehr geht. Und diese Effizienz ist es, die wir wollen. Was die Spezialisten aus Hamburg genau tun, um Alonso schneller zu machen, bleibt natürlich streng geheim. Aber bei jedem Formel 1 Rennen sind ein Kraftstoffanalytiker, ein Schmierstoffanalytiker und ein Technology Manager mit vor Ort und analysieren Proben. Die Formel 1 ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Forschung und Entwicklung für Produkte bei der Shell und Schlüssel, um Straßenkraftstoffe noch weiter zu verbessern. Mit dem Kraftstoff aus Deutschland will der Spanier nun die deutschen Formel 1 Piloten hinter sich lassen und zum dritten Mal den großen Preis von Deutschland gewinnen. In Hamburg drückt man ihm dafür ganz gewiss die Daumen.